Et voilà! Nächster Trailer am Start. Ja, 13.02.2024 kommen vielleicht dann auch erst morgen raus. Ja, Abschiebe, Sabotage und Rücknahmeverweigerung über Dettendurchstand nach die ganze Welt. Das wäre jetzt ein Themengebiet. Es gibt noch ein paar andere. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK Bitschut Odyssey. Viermal angetrailert bei Rambl und meinen drei YouTube-Kanälen. Wenn es euch interessiert, dann vielleicht bis gleich. Tschüss!